Moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Assassin's Creed hier bei unserem Konfigkanal und ja, hier kommt eine Wache nach der anderen zur Leiche. Und die fragen sich die ganze Zeit, wer ist dafür fahren, wohl den Honda alle hinten rechts ab. Wie viele Wachen hier kommen. Jetzt morgens Spaß. Naja, wir müssen weiter an dem Anten-Tat, an den Nachforschungen arbeiten zu unserem nächsten Anten-Tat-Ziel, Jubair. Und wir haben jetzt hier eine neue Informantenausform. Alter, hier, mein Freund. Ihr seid ein vielgesuchter Mann, so wie ich. Auch mein Kopf wird gesucht und ich muss meine Familie für die Reise in die Sicherheit nach Masjah vorbereiten. Könntet ihr meinen letzten Auftrag im Austausch gegen Informationen für mich beenden? Einige Männer in Jubairs Quartier müssen eliminiert werden. Seid schnell, mein Freund. Okay, fünf Minuten. Loy. Sind das fünf Anten-Tats-Ziele? What? What the fuck? Oh oh. Das wird hart. Wir müssen widerstehen. Wir müssen zurückflagen. Ah. Geh in den Süden, zieht der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen. Und hinterlässt eine Spur des Schlecken. Da ist der andere. Oh. Direkt vorwachen ist, glaube ich, nicht so clever. Ist hier eine Wache in der Nähe? Ja. Da ist auch eine Wache in der Nähe. Scheiße, jetzt läuft der parallel zu einer Wache. Das ist nicht sein Ernst, oder? Merkt ihr das? Ich hoffe nicht. Oh 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 oh. Weg, 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 weg. Ey, das ist hart. Das ist hart. Das ist richtig hart. Krass. Weg, 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 weg. Ja, da war wieder so ein Bekloppter. Zwei noch von fünf. Alter, das ist hart. Hier ist perfekt, perfekt. Moin. Und noch einer. Und zurück. Schnell. Alle fünf geschafft. Komm. Schnell flüchten. Da haben wir es echt gepackt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, rotes Auge. Schwein gehabt. Oh, jetzt müssen wir auch mit den Wachen so aufpassen. Aber wir haben noch genug Zeit. Wir lassen uns jetzt einfach Zeit umgehen. Ganz gesittet wieder zu unserem Auftraggeber, okay? Alter, fünf Leute. Ist echt hart. Aber unter drei Minuten geschafft. Nice. Schön, euch so schnell und an einem Stück wiederzusehen. Boah. Ich muss zu meiner Familie. Aber bevor ich aufbreche, habe ich dies für euch. Ich fand eine Karte mit den Orten, wo die Gelehrten planen, Bücher und andere Wissensquellen zu verbrennen. Seid bitte wachsam. Möge das Schicksal uns bald wieder zusammenführen. Ich sende meiner Familie eure Grüße. Okay, Bücher und anderes verbrennen. Karte, die zeigt, wo Juba ihr die Bücher verbrennt, nach Rauch ausschau halten. Interessant. Und gestört. Ups. Ich weiß nicht, was da gestehen ist. Äh, geschehen ist. Nicht gestehen, sondern geschehen ist. Weiß ich nicht. Wieso ist das schon wieder rot? Oh, da ist ein Templer. Hallo. Kommen wir... Ja, kommen wir da. Wie viel Messer brauchen wir? Ist okay und der ist gefühlt unbesiegbar. Was ist denn los mit euch, ey? Alter, wie viel er auch frisst. Okay, wir wurden entdeckt. Von Bogenschützen. Du fliegst doch jetzt auch runter, Kollege. Was willst du hier unten, ne? Du fliegst doch jetzt auch in den Tod. Ei, oder fliegt er in den Tod? Ups. Ups. Wo bist du? So. Ja. Alle seid in den Tod geflogen. Ich hab's euch gesagt. Legt euch nicht mit mir an. Gute Nacht. Da kommen wir leider nicht ganz ran. Schade. Aber hier kommen wir hoch zum Aussichtspunkt. Sehr schön. Da greifen wir den Templer mal an und dann sehen das echt Wachen vom Boden aus. Das ist der Wahnsinn. Obwohl wir auf den Dächern waren. Naja. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall die vier Aussichtspunkte noch mit. Und ich glaube, wir dürfen auch noch nicht alle Nachforschungen haben. Vier haben wir jetzt, glaube ich. Vier von sechs. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was die Aussichtspunkte jetzt hier noch bringen. Die sind ja immer sehr hilfreich. So. Sehr schön. Dann machen wir mal die Synchron. Da ist der nächste Aussichtspunkt. Da ist ein Aussichtspunkt. Okay. Wir nehmen wahrscheinlich den weiter weg erstmal. Okay. Hat nichts Neues aufgedeckt. Ja. Den hier hätten wir schon vorhin mitnehmen sollen. Aber nehmen wir ihn jetzt mit. So. Das passt ja. Von daher hin da. Klar, wir sollen jetzt mit Sprinten ein bisschen aufpassen. Aber... Wovor flieht dieser Narr denn? Ich fliehe nicht. Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Aber wenn ihr glaubt, dass ich fliehe, warum verfolgt ihr mich denn nicht? Berechtigte Frage, oder? Vor allem, wenn sie hier die ganzen Burger wegen angeblichen Diebstähl mal festhalten. Naja. So. Ein weiterer Aussichtspunkt. Ja. Da ist ein Bogenschützer. Zwei Bogenschützen. Die dürfen uns jetzt aber nicht mehr sehen. Nö. Tun sie auch nicht. Das passt doch. Sehr schön. Dann nehmen wir den auch mit. Ja, auch eine schöne Synchron. Nicht, dass wir hier irgendwas vergessen haben. Synchron. Juvair ist also irgendwie so ein Hassprediger, der gegen Bücher und Schrift, Pergamente, alles hetzt. Und verbrennt die. Also das ist... Das ist hart. Das ist hart. Kann man nicht anders sagen, dass das hart ist. So, fünf von sieben. Okay. Verflucht den englischen König. Nice. So. Nächster Aussichtspunkt. Hier ist dann unser Todessprung. Heuhaufen anscheinend. Was denkt dieser Mann sich nur? Das finde ich gut. Dass wir ihn schon vorher mal platt gelegt und warm gelegt haben. Gelegen haben. So rum. Ihr habt nichts hier zu suchen. Okay. Und hier ist ein Bogenschützer, der uns sieht. Nicht gut. Ah, der sieht uns nicht mehr. Also sobald wir eine gewisse Höhe erreichen, dann... ...fehlern die auch die Aggro. Finde ich gut. Aber Synchron. Sehr schön. Ah, wunderschöne Stadt Damaskus. So, und noch ein Aussichtspunkt. Haben wir echt schon alle Nachforschungen beendet? Moment mal eben. Moment. Ne, da fehlt uns doch noch eine Nachforschung. Eine Nachforschung fehlt uns auf jeden Fall noch. Die muss dann ja jetzt da hinten aufgedeckt werden. Anders geht das ja gar nicht. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu bedenken. Okay. Wie wir jetzt am Abhusten da. Hat sich da wohl einer verschluckt. Er hat sich wohl verspätet. Was geht hier vor? Was geht hier vor? Was er wohl vor hat? Wie sie rumschreien. Oh, ich würde ihn ja... Naja, du mit deinem komischen... Ist er auf der Flucht? Nö. Bin ich auch auf der Flucht. Oh. Oh. Darf ich da nicht hoch? Was ist, wenn ich da hochgehe? Ach, weiß was. Fuck off. Oh. Darf da doch hoch. Ja, man muss auch mal Risiko gehen, ne? Wie sagt Koopa immer so schön? No risk, no fun. Egal wie bescheuert das ist, aber no risk, no fun. Koopas Motto. So. Klettern wir hier mal hoch. Da wird auch ein Bogenschütz... Ja, ich wusste es doch. Ihr seid hier nicht erwünscht. Ja, ich weiß, dass ich hier nicht erwünscht bin. Ich würde dich gerne da runterwerfen können, ne? Aber... Das geht leider nicht. Dann beenden wir das schnell. Kumpel. Vor allem... Weißt du, was das Schlimme ist? Dich würde nie jemand vermissen. Und was deine Beine da machen, ist auch komisch. Aber dich würde nie jemand finden. Dich würde nie jemand vermissen. Ach, Mann. Manchmal bin ich auch ein Sadist. Aber was deine Beine da machen, ist trotzdem strange. Hm. Ah, da haben wir tatsächlich noch eine Herausforderung. Oh, was war das nochmal? War das Bogenschütze illuminieren? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Oder was? Ne, das war das mit den Marktständen, ne? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Schauen wir uns das mal an. Ja, Entschuldigung, dass ich in jemanden hineinlaufe. Das passiert... Boah, Alter, ohne Spaß. Ey, ich weiß, dass ich Leben verliere, aber... Ihr geht mir so hart auf den Sack, ihr Wichser. Bin ich fast tot? Ah, ich bin tot. Okay. Dreimal darf ich töten. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurf. Ja, ich hab immer noch nicht vergessen beim Attentat von Majid Ajin oder Majid Ajin. Ich hab immer noch nicht vergessen. Ich weiß, der Hass ist immer noch sehr real. Diese bekloppten... ...geistig kranken... ...weiß ich nicht. Geh mir einfach um den Sack. So, wo ist denn die Herausforderung? Ist die auf dem Dach? Tatsache, cool. Wer soll in den richtigen Weg gewählt? So, waren das Marktstände oder Bogenschützer? Alter, ihr... Euer Name ist in aller Munde. Und inzwischen spricht man sogar gut von euch. Wenn ihr euch wahrlich so geändert habt, wärt ihr dann bereit, mir einen Gefallen zu tun? Jubaie hat einige Händler angeheuert, um die Bürger auszuspionieren. Sie bekommen Gold, wenn sie ihm Namen nennen. Ihr tätet der Stadt einen großen Gefallen, wenn ihr diese Händler finden und ihre Stände zerstören würdet. Das sollte ihnen Einhalt gebieten. Dann werden wir doch mal genau das machen, oder? Drei Stände. Drei zum Vernichten. Perfekt. So. Oh Gott, und da sind so viele Wachen daneben, ne? Nein, das wollte ich nicht. Fuck. Ähm. Hier, ich brauche dich mal. Guck mal her. So, komm mal her. Warte. Oh ja, es war so klar, dass sie jetzt alle kommen. Oh, das wird hart. Das wird hart. Das wird definitiv hart. Aber vielleicht können wir den Mob ja nutzen. Für die nächsten Marktstunde. Guck mal her. Dann haben wir so auf jeden Fall immer einen Gegner weniger. Nice. Dann haben wir jetzt noch den da hinten. So, nehmen wir uns doch mal ihn hier. Perfekt. Jetzt müssen wir noch anonym... Boah, da sind drei Leute auf einmal gestorben. Das ist doch nice. Perfekt. So. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Ja. Noch eine Minute und sie hätten mich empführt. Perfekt. Das passt doch richtig gut. Haben wir so noch die Bürgerin währenddessen gerettet. So, hoch hier wieder. Ach, was ein Massaker wir da gerade angerichtet haben. Aber ein Markstein hat irgendwie, der zusammengebrochen ist, hat irgendwie drei Leute mitgenommen. Das war sehr hilfreich. So, was hast du denn für einen Fuss? Ihr habt heute eine gute Tat getan, Alter, ihr. Im Austausch dafür teile ich mein Wissen mit euch. Euer Ziel ist vermutlich ähnlich gekleidet wie seine Anhänger, aber ich weiß, woran ihr ihn erkennt. Er trägt gern goldene Roben und hat immer einen großen Beutel bei sich. Findet ihn, Bruder. Lasst ihn bezahlen. Was wollt ihr denn? Denn, das könnte sehr hilfreich sein, tatsächlich. Okay, und die Wache greift erstmal eine Zivilistin an. Läuft bei dir, Kollege. Oh, jetzt habe ich selber die Bürgerin angegriffen, die ich retten will. So. Oh, nochmal zwei. Ihr seid doch schnuffig. Jetzt habe ich keine Messer mehr. Fühlt mich gut. Sehr schön. Ja. Ja, weil in den zehn Minuten hier in dem Part, die wir noch haben, ist es auch machbar, die Bürger zu retten. Ja, haltet die mal fest. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Gehe ich hier rein. Und dann bin ich anonym. Perfekt. Das war es doch schon. So. Sehr schön. Der denkt sich auch nichts, warum da irgendwas raschelt. Find ich gut. So, ich habe keine Wurfmesser mehr. Das ist echt blöd. Habe ich nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, aber es ist blöd. So, die Bürgerin ist immer noch nicht da. Was stimmt denn nicht mit ihm? Ja, ist immer noch nicht wieder gespawnt. Dann nehmen wir erstmal die mit. Ach, ernsthaft. Ihr hattet immer noch Akku? Das ist doch nicht wahr. Action Cam. Ach, ich wollte mich doch auf den Hang da setzen. Ach, Kinder. Ihr nervt mich echt. Leute, ihr nervt mich wirklich. Wisst ihr was? Damit ihr mir nicht mehr auf den Sack geht, nehme ich einen nach dem anderen mit. Ich schmeiß einen nach dem anderen runter. Dann geht ihr mir nicht mehr auf den Sack. Dort ist ein Leichenfestival und da ist ein Bogenschütze, der auf den Schießt, was ich nicht gut finde. Der Bogenschütze schießt auf seinen eigenen Mann, finde ich gut. Ja, und trifft uns selber nicht. Wie viele Leute wir umgebracht haben, ne? Das ist der Hammer. Wie viele Leute wir gerade umgebracht haben. So. Ah, dann klappt das doch nicht mit den Bürgern noch mehr in dieser, in diesem Part. Das finde ich blöd. So, wo bin ich denn jetzt am nächsten dran? Dann nehme ich jetzt erstmal die hier alle mit. Jetzt geh mal weg hier. So, da ist eine Bürgerrettungsmission. Sehr schön. Zack, zack. Oh, au. Au. Das hat wir beim Zugucken, wa? Au. Guck mal, was ich mit deinem Kumpel gemacht hab. Guck mal, was ich mit dir gemacht hab. Kontert ist echt nicht so einfach mehr. Das war einfach mal so sauer. Oh, hat das schön gekontert jetzt hier. Der Gegner gekontert. Nice. Läuft bei ihm. Nee, nee, nee. Kommt bitte nicht mit mir. Schön, liegst du da am Boden gegen Assassin, aber tödlich. Ich danke euch. Ja. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ja, ich finde es gut, dass die Frauen sich hier echt zu kurz halten. Ups, jetzt nehme ich die Zivilistin. Jetzt greife ich die schon wieder versehentlich. So, drei von acht gerettet. Da sind noch eine Bürgerinnen. Oh Gott, da sind aber ein paar Wachen. Sehr schön. So, wer greift mich denn zuerst an von euch, hm? Nun greife ich zuerst an. Oh, schöner Konter. Muss mich einfach mal lassen. Ich finde es gut, dass die aber kein Todeskonter haben, so wie wir. Also, die können uns nicht mit einem Konter töten. Soweit ich weiß. Ich glaube, es war aber nicht möglich. So, du bist der Letzte. Sehr schön. Ich weiß, das ist jetzt alles sehr eintönig und unspektakulär. Ich greife die schon wieder. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Immer wenn ich auf die Karte gehe und dann B drücke, dann drücke ich zu auf B und greife die. So, da muss ich mal eben kurz Pause machen, aber weiter geht's. So, sind wir jetzt wieder anonym? Ja. Nee, jetzt. Sehr schön. Das sollte aber passen, weil ich war gemutet. Hoffe ich doch, dass es geklappt hat mit dem Shortcut. Ich würde jetzt gerne gucken, dass ich jetzt die ganze Zeit gemutet bin. Das wäre schlimm. Aber ich glaube, ich war gemutet. Wenn nicht, ist das Peter jetzt. Sehr schön. Das passt doch. Oh, nice. Ah, sehr schön. Das Coach wird gegen so viele Leute, ist halt echt Gold wert. Aber ich würde auch mal gerne die versteckte Klinge einfach mehr nehmen. Und wir da auch noch mal ein paar Kontraktionen sehen von. Und gleich in den Schädel rein. Sehr schön. Ja, den letzten nehmen wir so mit. Also die versteckte Klinge hat auch sehr brutale Kontraktionen. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefreuen zurückziehen. Das schwöre ich. Sehr schön. Ich würde ja jetzt am liebsten... Oh. Was? Am liebsten würde ich ja jetzt gucken, eben rausthappen und gucken, ob ich nicht gemutet bin. Aber wenn ich rausthappe, dann geht das heißt, es kriegt nur noch im Fenstermodus und dann ist das kacke für mich einfach. So möchte ich das Spiel nicht spielen. Und dann müsste ich es neu starten und das wäre leider echt nervig. Aber wir haben ja jetzt bald alle Burger mitgenommen. Machen wir auf jeden Fall noch in dem Part, damit wir im nächsten Part das Attentat starten können. Ich hoffe, das ist eine ganz gute Lösung. Da habt ihr ein bisschen längeren Part jetzt auch. Nachdem die anderen Parts ja recht kurz waren immer. Gut, 20 Minuten ist immer noch okay. Aber ich würde halt immer so einen Attentat in drei Parts, das passte jetzt bisher immer so ganz gut. Und dann wollte ich das halt einfach weiter so machen. Lass doch mal die arme Klinge werden. Und mit der versteckten Klinge wollten wir kämpfen, ne? Ja, haben wir gesagt. Ach, jetzt habe ich mich nicht losgerissen. Ähm, mit der versteckten Klinge wollte ich kämpfen. Jawoll, weil die Kontraktion da ist sehr nice. Bam, 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 bam. Zack, zack. Okay, du willst uns greifen, Kumpel. Schlechte Idee. Und drücke, äh, rücke niemals einem Assassinen deinen Rücken zu. Der Drill. Niemals ein Assassinen deinen Rücken zu. So, überlegst du, willst du dir an? Nö, du willst sterben. Fisch, finde ich. Hey, na, voll. Bam. Und, hallo. Oh, ich mach doch nicht einmal mehr. Wie viele kommt ihr denn dann noch? Nö. Gut, dass ihr gerade verweilt. Oh, sei ein Massaker. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch meine Freiheit, Fremde. Ey, ein Massaker nach dem anderen hier. Jetzt eskaliert sie aber völlig. Oh, was ist das? Oh, ich hab mal nicht die Bürgerin gegriffen und geworfen. Interessant. So, ja, ich trete zurück. Tschüss. Wollt ihr etwas? Oh, Mann ey, lass doch mal. Vor allem immer Frauen, ne? Vorsicht jetzt. Nein, wir wollen weiter mit der versteckten Klingel kämpfen. Boah. Alter, wie die Klingel im Kopf stecken geblieben ist, ey. Da ist auch nichts mehr mitzucken. Ach, jetzt ist ein Maul, ja, ja. Zack. Der Nacken. Ja, ja. Was sollte mich eigentlich alle greifen? Habe ich den einen da jetzt wirklich versehentlich in den Marktstand geschissen? Äh, geschissen. Geworfen, getreten. Nice. Boah. Zack. Ab ins Hirn damit. Guckt mal an, ihr wollt auch noch sterben, wirklich. Alter, hier gibt es noch so einen Marktplatz, ne? Eben noch belebt und jetzt keine Leute mehr hier. Wie sie es nicht lernen. Greifen bringt nix. Zack. Ab den Rücken damit. Zack. Zack. Und. Komm her. Zack. Jawoll. Der Herr sei gepriesen. Er hat mich gereckt. Die Stadt wird von eurer Tat erblasen. Wo bist du? Hol mir deinen Kopf. Er holt immer meinen Kopf, während ich den letzten Bürger mache. Ihr könnt nicht den Kopf. Ihr habt die falsche Sorge. Das ist doch unser Heide. Sehr schön. Jetzt könnte man sagen, ey Jung, warum machst du aber hier alle Bürger? Und bei den anderen Attentaten nicht. Ja, ist ein Argument. Aber ich glaube hier einfach hilft uns das was. Bei dem Attentat. Ich habe es nicht mehr, ich bin mir nicht mehr ganz, oder ich bin mir nicht tausendprozent sicher, aber ich glaube das kann wirklich helfen. Ich glaube ich habe mich damit recht oft geärgert, dass, wie wurden wir jetzt entdeckt? Also ich glaube ich habe mich damals wirklich geärgert, dass ich damals die Bürger nicht gerettet habe. Oh Mann. Da wollte ich gerade auf die Bank, dann werde ich entdeckt. Dann gibt es den Überlängenpart für euch. So, Hinder. Oh, kletter doch da hoch, damit ich da rein kann in den Korb. So, jetzt komm rein hier. Oh, das gibt es doch nicht. Jetzt fallen wir hier wieder runter. Ja. Oh, ist das lächerlich. Komm, hoch hier. Hoch hier, hoch hier. Ist hier ein Korb? Oh, perfekt. Sehr schön. So, anonym werden und dann den letzten Bürger da unten retten. Hoffentlich spawnt er da gleich. Irgendwo da unten sollte jetzt der letzte Bürger... Gehe ich mal ein bisschen weg? Okay, und was war das für ein Geräusch? Hat sie angehört, als wenn hier gerade irgendwie 50 Wachen auf einmal gekommen wären. So, eine Flagge eingesammelt, eine Saracen-Flagge. Also, jetzt wieder da? Ja. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Ja, ja. Ich bin hier nicht erwünscht. Danke. Alter, ihr, was ist mit mir? So. Zack. Zack. Schöner Arsch-Tritt. Schöner Arsch-Tritt. Perfekt. Oh, das sind aber jetzt nochmal ein paar Gegner hier. Zack. Zack. Hat er gedacht, drehe ich ihm den Rücken zu, kann er angreifen. Ja, ja. Ja, ja. Leute. Nicht mit mir. Zack. So. Mit dem machen wir einen kurzen Prozess. Zack. Und ab mit der Bürgerin drehen. Och, Mann. Mann. Jetzt kommen hier nochmal drei, wirklich. Leute, guckt doch mal an, was ich hier für ein Massaker fertiggestellt habe. Glaubt ihr, ihr drei, ihr vier, werdet ein anderes Schicksal erleihen? Ja, dann hau ab, Alter. Perfekt. Okay. Und alle Bürger gerettet hier. Perfekt. Wie er fliehen will. Am Arsch. Drecksau. So, perfekt. Dann haben wir jetzt aber echt einen langen... Jetzt könnt ihr euch aber echt nicht beschweren. Ja, halbe Stunde Part ist doch perfekt. Kann man nichts gegen sagen. Und ich würde sagen, wir werden im nächsten Part alles geben. Zum Rafiken gehen. Und seinen... Oder einen Plan mit ihm schmieden, wie wir das Antat auf Jubair vollrichten. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Haut rein. Und ciao. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau.